Herzlich Willkommen zum Matt-Rätsel vom 28. Oktober 2021. Schwarzanzug setzt in drei Zügen Matt, spätestens. Dame schlägt E3. Wir müssen die Dame opfern, greifen den Turm an. Der Turm auf D8 verhindert, dass der König wegläuft. Auf König B1, Dame schlägt E1, ist es direkt Matt. Wenn der Turm nimmt, dann folgt Läufer schlägt E3 Schach. Der König muss nach B1 und dann Turm D1 Schach Matt. Im Übrigen, wir können nicht mit Läufer schlägt E3 Schach beginnen, weil dann läuft der König einfach nach B1 und hier geht es nicht weiter. Hier gibt es kein forciertes Matt. Ich bin mir sicher, die meisten von euch haben das gefunden und ich bin mir auch sicher, dass die meisten von euch auch morgen wieder einschalten werden. Bis dann.